Weil es ja heute so heiß wird. Deine Geheimwaffe gegen Hitze. Eistier viel sich mit ganz vielen Eiswürfeln. Don't move. Stay hydrated. Ventilator. Mal viel trinken. Trinken immer super. Viel Zeit im Schatten verbringen. Mal gut eincremen. Sonnencreme. Eis. Kühles Wasser. Und entspannt. Wie weit wie es geht im Schatten bleiben. Der erzählt einfach die ganze Geschichte. Und sonst viel trinken auch. Sich auf dem Ab und zum Abkühlen im Eisbad. 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 Eissonne. Schinter, hol mal bitte einen Rand hoch.